Ey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video mit Alpha! Was geht? Was geht? Was geht ab? Was geht, Ente? Oh Junge, meine Ohren sind wieder, Alter! Ey! Wie ist mein Mikro wieder da? Ja, Junge! What? Was geht da ab? Junge, was hast du für Kopfhörer? Mein Mikro ist normal! Hä? Junge, was geht? Meine Kopfhörer! Ah! A, B, C, N! Was geht? Hä? Ja? Ich weiß nicht, wie wir uns verwandeln können! Hä? Du willst dich verwandeln? Hä? Was stark ist denn was? Bau mal den Baum ab! Hä? Multipliziert es da wieder, oder was? Versuch! Warte! Ich baue ab! Hä? Da ist gar nichts passiert! Das war jetzt der Erste! Bau weiter ab! Weiter ab? Bau? Warte, mach ich! Ey! Was passiert da? Ich bin voll gespannt! Holz! Eins! Weiter, weiter! Hey! Komm! Trollst du mich, oder was? Da passiert einfach gar nichts! Nein! Jetzt wird was passieren! Du musst mir einfach vertrauen, Ente! Dir vertrauen, Alter! Wieso soll ich dir vertrauen? Warum nicht? Ja, ich hab wieder einen abgebaut, da ist mir da nichts passiert! Ey! Drop mir das mal! Das Holz? Alles, ja! Alles? Ja? Ich dropp's dir? Ja! Ja, und jetzt? So, Moment! Jetzt muss ich hier was craften! Und zwar, guck mal, wir haben jetzt einen Crafting-Table, ja, Ente? Ja? Ich seh den Crafting-Table! Dankeschön, hab dich gescampt! Hä? Was? Hast du mich getrollt? Ey! Was machst du? Hau dich ab! Hey! Junge, was... Herr Bockmer! Hä? Was? Du baust dich einfach an die Erde ein! Was ist mit dir denn los? Ey, lass die Ente! Was geht? Hä? Junge, lass mich doch nicht alleine! Was... Hä? Hä? Was? Bitte geh, Ente! Nein! Was geht bei dir ab? Hey, gib ich mit! Du kannst nicht mehr aus! Was? Mit mir oder was? Ich will mich verwandeln in einen Enderman! Hä? Du willst dich in einen Enderman verwandeln? Wie soll das gehen? Hä? Wie soll sowas gehen? Es gibt ein neues Update und ich weiß nicht, wie man das machen kann, aber ich darf es dir nicht sagen! Hä? Sag doch, safe geht es nicht! Nein! Du lügst doch bestimmt! Safe lügst du! Labe doch nichts, oder? Ich kann ein neues Objekt spawnen lassen, so ein Enderman-Haus! Was? Und da kriegt man dann, ja, äh, halt die Rechte und die Potion und so alles für den Enderman! Junge, safe geht sowas nicht, Alter! Du laberst nur! Junge, natürlich laberst du nur! Als ob sowas gehen würde! Geht! Hey, zeig! Beweis mir! Okay, äh, dann gib mir Geld! Was? Ja, Junge, ich hab kein Geld! Ich bin der Ente! Ich bin arm wie eine Ente, Mann! Okay, hier gibt's Eier! Ich kann... Ich kann keine Eier legen! Was geht? Hoffentlich, glaub ich... Ich hab keine Ahnung! Warum ist sie jetzt frech? Hä? Ich bin doch nicht frech! Warte mal, hier war doch grad eine Ente oder so, die könnte mir doch Eier geben! Ente! Ja? Nein, nicht schlagen! Nein, ich hab nix! Wirklich nix! Beruhig dich! Nein, Alfa, bitte, bitte! Nein, 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 nein! Okay, folg mir! Ja, ich folg dir, warte! Ey, was hast du vor, Mann? Ich check grad einfach gar nix! Ich wollt grad das Spitzhack gekrabbt! Wartet aber ein Huhn! Dann könnte ich welchen Eier besorgen! Ja, du hast gehört! Diese Enderman-Häuser spawnen bei Bergen! Hä? Echt? Wieso auf nem Berg? Das macht ja wie gar keinen Sinn! Im Ende oder so würde das Sinn machen, oder? Man muss sich hochbauen! Viele Spieler können's direkt sehen! Und wenn die da hinlaufen, dann kämpfen die und so! Ja, stimmt eigentlich, da hast du recht! Aber... Hä? Junge, auf dem Berg ist einfach gar nix! Was geht? Hier ist gar nix! Hä? Ich seh da nix! Oder siehst du irgendwas? Hier ist kein Haus! Nee, ich seh auch nix! Ich glaub, ich seh gar nix! Ich seh echt halt nix! Warte, da hinten ist ein Haus! Meinst du, das Haus da hinten? Da? Nee, ich glaub, ich seh da nix! Das ist einfach nur ein Berg! Ja, das ist halt echt nur ein Berg, oder? Oh mein Gott, endlich hab's geschafft! Was? Yeah! Was? Hä, wie? Hallo, Hase! Was geht? Was? Alfa? Hä, was ist das? Lol, da ist ein Enderman! Wir müssen weg, 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 weg! Da ist ein Enderman! Der verfolgt uns! Lauf! Hey, Hase, komm mit! Da ist ein Enderman! Pass auf! Ey, Junge, Alfa, wo bist du? Da ist ein Enderman! Hä? Warum läuft der am Tag rum? Was ist mit dem los? Ey! Junge, Alfa, wo bist du? Hä? Hallo? Hä? Junge, bist du gemutet oder was? Ja, ich hör dich doch, hä? Wie? Wo bist du? Da ist ein Enderman! Du bist doch auf dem Server drauf! Ich seh's doch! Wo ist der Enderman? Äh, äh, da, ich mein, da ist ein Enderman! Junge, ich raff grad gar nix mehr! Ja, da ist ein PC-Graf! Hä? Warum siehst du das? Wo bist du? Hä? Wie? Hä, was ist mit dem Enderman los? Der läuft mir die ganze Zeit nach! Irgendwas stimmt da nicht! Ja, der mag dich! Bist du das? Au! Junge, da schlägt mich! Wie viel Damage macht der? Au! Nein! Hör auf! Junge, was ist das? Hast du ne Mod installiert oder so, dass da ein Enderman drauf ist? Oder was? Die voll aggressiv sind! Mach mal, Mu! Hä? Mu? Hä, der bleibt jetzt einfach stehen? Hä? Lol, der tippiert sich, aber mit Enderman... Ey, der schlägt die ganze Zeit weiter! Ich geh ins Dorf, kein Bock mehr, du läufst immer weg! Hä, das bist du? Echt jetzt? Wie? Wie? Hä, du bist der Enderman! Hä? Hä, du hast gerade gesagt, du läufst ins Dorf zurück! Das bist safe, du! Nein, ich bin doch beim Enderman-Haus! Hä, du bist beim Enderman-Haus, aber da kam der Enderman her! Safe bist es, du! Gib's doch zu! Nein, bin ich nicht! Natürlich warst du das! Hä? Äh, äh! Natürlich, Junge! Guck dich doch mal an! Das bist du! Du bist der Enderman! Normaler Enderman kann sowas nicht machen, Mann! Du trollst mich! Das bist du! Lo, warte, das sind Enderpferden! Nice! Ey, safe! Wie hat er denn die gedroppt? Ja, natürlich! Das bist doch du! Da veräppel mich nicht! Was ist denn irgendein Enderman? Ja, warte, ich boxe den mal! Lol! Hey, das bist doch safe, du! Weil sonst wärst du jetzt auch hier, weil das ist doch das Enderman-Haus, oder? Ich bin da drin! Guck doch! Du bist im Enderman-Haus? Ja! Hä? Da ist nix! Hier ist gar nix, außer in der Ender-Chest! Lol, guck mal rein! Warte! Hä? 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 Wie siehst du denn aus? Hä? Wie siehst du aus, Junge? Hä? Ich bin auf einmal so groß! Hä? Au! Hau, auf mich zu schlagen! Ich seh meine Hand gar nicht! Ich seh meine Minecraft-Hand nicht mehr! Was ist los, Alpha? Ich seh meine Minecraft-Hand einfach nicht mehr! Drück F5! F5, warte! Hä? Was? Warte mal! Warte mal! Ich bin ein Enderman! Hä? Was hab ich für lange Arme? Ich bin halt wirklich ein Minecraft-Enderman! Hä? Als ob! Ja! Junge, wie? Wie, Alpha? Hä? Durch was? Hä? Ich check das nicht! Wie bin ich ein Enderman geworden? Sag mir das mal! Ja, das ist das Update! Ach so, das ist das Update, Junge! Alter, wie krass! Ich war noch nie so groß in meinen... Obwohl doch, wo ich ein Riesen war, war ich noch größer! Aber ey, ich bin so riesig und ich hab einfach Enderperlen! Ich hab mich rumporten wie so ein Enderman! Junge, aber wie krass ist das einfach! Was machen wir jetzt einfach als Enderman? Ey! Aber ich krieg trotzdem noch Volldamage! Schade! Wir kommen, wir gehen doch mal ins Dorf! Ja, Mann! Lass doch mal den Spiel träumen! Ja, Mann! Wir erschrecken dir einfach ein bisschen, würde ich mal sagen, dass du... Oh, die Schweine! Was geht? Was geht? Ey, guck mal! Die haben eigentlich übelst Angst vor uns! Die denken alle, dass wir Endermaner sind! Wir laufen dann einfach am Tag rum! Das sieht ja mega strange aus! So, also ihr habt noch nie einen Enderman am Tag gesehen, glaube ich! Ich glaub, echt nicht! Leute, da ist ein Lucky Block! Hä? Hä? Was war das grad? Hey, ich hab's gerade auch nicht gecheckt! Aber ich muss auch noch einen, den gönne ich mir auch noch mal kurz! So! Wo ist denn der Villager? Lass dich rollen! Was? Wo ist der Villager? Warte mal, ey! Die werden mir jetzt so einen Schrecken einjagen! Wo? Da sehe ich den! Komm, wir sind die Pelle runterwerfen! Sollen wir die überraschen! Drei, zwei, eins! Let's go! Hä? Was geht? Hey, die haben gar nicht so krass Angst! Ich hab mir keine Angst! Hä? Was ist mit denen los? Junge! Wir sind die Endermaner, die haben keine Angst! Ey, nicht mal, der Hase hat Angst! Gib dir mal den Hasen! Der hat auch keine Angst vor uns! Halt wirklich nicht! Ja, doch, bis jetzt! Bis jetzt! Ja, bis jetzt! Bis jetzt hat er Angst, Alter! Aber es sind ja noch mehr Villager, die man trollen kann! Warte, ich geh mal hier hoch, ist ja oben jemand! Hallo! Ist jemand zu Hause? Was geht? Was geht? Warte, die Schafe, da kann ich's auch mal probieren, die zu ärgern! Warte, ich geh mal hin! Ob die's checken? Warte, wir können Blöcke in die Hand nehmen, oder? Ich guck mal! Ne, ich kann kein Block in die Hand nehmen, das sieht man nicht! Hä? Weil eigentlich, das geht ja nicht! Ja, als Enderman ist es eigentlich normal, dass man das sieht! Davon ist ein Lucky Block, den könnte man sich auch nochmal gönnen! Hä? Aber ich check das echt nicht! Normalerweise können das Endermanens, aber wir anscheinend halt echt nicht! Schade, Mann! Ey! Oh, lol! Da kam ein Diablock runter! Was hier raus? Ja, stimmt! Blöcke! Ja, stimmt! Ja, stimmt! Ich hab auch keine Ahnung! Wer war der Perle? LOL! TNT! Ey, ich hab kein... Ja, ich hab kein Damage bekommen! Hä? LOL, vielleicht weil du ein Enderman bist! Ja, safe! Aber Voll-Damage krieg ich, aber so ein Damage bekomm ich einfach gar nicht! Ey, ich seh... Davon ist noch ein Lucky Block! Ja, aber davon ist sogar ein Shade-Lucky Block! Wir können uns einfach rumporten, dank der Enderperlen! Halt mega schnell eigentlich, ne? Alfa, was geht? Warte, ich pop mich mal hin! Jetzt der Glück aufmachen! Ja, Mann! Nein! Alter, nicht! Oh, lol! Aber wie viele! Ja, ich hab überlebt! Wie krass, einfach, du überlebst halt alles als Enderman, ne? Das ist mega krass! Jetzt wollen wir gleich einen Kampf machen, einen Enderman-Kampf! Ja, Mann, Alter! Aber nur mit Faust, oder? Ja, nun mal! Warte, ich geh mal mal das checken! Oh, ich bin jetzt ein Elektro-Enderman! Ich bin ein Elektro-Enderman! Guck jetzt! Zeig mal! Ey, jetzt! Dann komm, du schmackst! Äh! Lol! Hey, du bachst bei mir voll im Boden! Ach, du bist in der Höhle drin! Ey, wie krank einfach! Guck, ich hab jetzt gespawnt! Echt jetzt? Ich bin ein OP-Enderman! Boah, wie laut das einfach ist! Ey, wie hast du das bekommen? Durch den Lucky Block, oder weil du ein OP-Enderman bist? Komm, Ende! Was? Nein, 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 nein! Ich hab nicht so viel Damage! Oh, ich hab eine Blume bekommen! Komm, my useless Poppy! Oh, wie schlecht! Ich brenne einfach! Sogar als Enderman einfach! Komm, du her! Hä, ich boxt dich! Bisschen Beef! Ich hab die Schwert! Hä, bist du Beef? Was, du hast ein Schwert? Lava! Nein, Juri, wie viel Damage machst du mir? Du hast mich gerade fast gewonnen! Obwohl, nicht ganz gewonnen hat, aber trotzdem hast du mich fast besiegt! Junge, übertreibbar! Ich bin ein guter Enderman, nicht so wie du! Hä, was? Ich bin kein guter Enderman! LOL! Ich lebe noch! Ich bin gerade wieder fast draufgegangen, Junge! Was hast du für krasse Items? Warte, da vorne ist da ein Lucky Block, die Gönig ist mir noch! Wo, 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 wo? Da vorne, da vorne, da vorne! Nein, das ist meiner! Warte! Ich hab eine Enderperle! Meine Enderperle! Noch eine Einer! Bitte, ich muss hin, komm! Ich muss vor dir da sein! Bitte, bitte! Oh, das ist ja noch einer! Da oben, die Gönig ist mir, das sieht stärker aus! Ich glaub, das ist ein... Invisible! Oh, oh! Bitte, irgendwas Gutes! Ey, ein Eisenblock! Hey, meine! Wow! Ich brenne die ganze Zeit! Ich geh einfach fast drauf gerade! Bitte! Ich bin gleich OP einfach, weißt du! Das Shade noch! Obwohl, ich baue erstmal den Shade ab! So, Junge! Ey, ich dachte gerade, es wäre Shade, wenn ich hier wieder ein Omega-Game habe! Leider, leider, leider! Okay, komm, wir machen den Kampf! Ja, lass ein Faust-Battle machen, okay? Du gegen mich! Aber ist okay! Okay, Faust-Battle! Ja, mit Enderperlen! Ja, mit Enderperlen! Bist du bereit? Ja! Okay, drei, zwei, eins... Go! Leute, ich hab auch noch Ender-Augen, hab ich ja voll vergessen! So, komm her! Ey, Junge, ich komme und ich krasse so weg! Komm her! Nein, lauf doch nicht weg! Oh, ich muss die Taktik überleben! Ja, komm her! Hey, Junge! Nein, ich hab den Enderperlen geworfen, ich bin voll Damaged! Ey, wo bist du? Ich checke gerade gar nicht mehr, wo du bist! Lol! Junge, mach ich meine Rage, Alter! Du kommst ja vor die Enderman-Kombo! Ja, ich gucke mir auch! Ja, warte! Oh, ich bin so neu, ich bin so neu! Nein, als ob du gewonnen hast! Ich werde der bessere Enderman! Nice, Mann, ey! Also, Leute, das war's mit dem Video! Und... Warte, nein! Ich bin noch ein Kampf! Das war's doch nicht! Was? Du wirst doch einen Kampf machen! Echt jetzt? Ja! Bist du so gehypt drauf, oder was? Ja! Okay, dann komm her! Wie jetzt schon? Ja! Oh, oh! Okay, Alter, das ist frech! Ja! Alter, das war richtig frech! Okay, komm! Okay, bist du bereit? Natürlich! Ja! Los! Hä? Junge, Kombo! Ich treff dich! Lol, du treffst halt echt nicht, lol! Lol, ich bin voll damaged! Hä? Wie viel Schaden habe ich gerade bekommen? Ich habe Schwertbrüche! Was? Ja, Junge, du hast geschummelt! Übertreib halt! Junge, was gibt's hier für uns? Hä? Ich treff dich gerade nicht mehr! Ich habe doch ein halbes Herz! Lol, da bist du Wasser! Ey! Okay! Was? Ich hatte ein halbes Herz, Mann! Ich hatte ein halbes Herz! Ey! How you get down! How you get down! Okay! Was geht? Also, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abonnenten, wenn es euch gefallen hat! Schaut einfach vorbei! Bis dann und ciao! Ciao! Ciao!